Ich begrüße euch zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel in der MDCC Arena gegen Hannover 96, Endstand beim Detlef-Raugus-Spieltag vor 26.440 Zuschauern 0 zu 3. Präsentiert wurde die Partie von unserem Partner EEW. Herzlich begrüße ich auch die beiden Cheftrainer, Stefan Leitl und Christian Dietz. Das erste Wort gebührt wie immer dem Gästetrainer Stefan Leitl, die Statement zum Spiel wird. Vielen Dank. Ja, wir sind natürlich vorneweg erstmal glücklich, dass wir das Spiel gewinnen konnten, dass wir gut aus der Länderspielpause jetzt gekommen sind. Ich denke, wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen, hatten viele hohe Ballgewinne, waren sehr mutig im Anlaufen, waren physisch stark und daraus resultiert dann auch das 1 zu 0. Ich denke, dass wir im Laufe der ersten Hälfte schon die ein oder andere Chance noch hatten, um vielleicht dann auch frühzeitig höher zu führen. Dann gehst du mit dem 1 zu 0 in die Kabine, warnt es dann nochmal, dass wir diese Intensität halten wollen und müssen, weil Magdeburg dann auch immer in der Lage ist, Wellen zu starten. Das ist ja dann auch so passiert, dass wir dann schon eine Phase überstanden haben, wo wir Glück hatten mit zwei Pfostentreffern. Dann kommen wir zurück mit einem schönen Tor von Zeymuroja und letztendlich spielen wir es dann, glaube ich, sehr reif nach Hause und, wie gesagt, sind sehr glücklich über den Sieg. Der erste Step ist jetzt getan, so wie ich es gesagt habe, nach der Länderspielpause jetzt gut regenerieren und dann gut vorbereiten für das Heimspiel gegen Schalke. Christian, dir natürlich, Ottmar, euch, viel Erfolg für die nächsten Wochen, für die nächsten Spiele und wünsche euch da alles Gute, dass ihr dann schnell in die Punkte wiederkommt. Dankeschön. Danke, Stefan Leitl. Christian, dein Statement zum Spiel. Stefan, zunächst mal Dankeschön und Gratulation zum Sieg hier. War ein Spiel, wo wir, wie es der Kollege schon gesagt hat, nicht gut reingekommen sind. Gegner hat uns hoch angelaufen, war etwas, wo wir uns sogar eigentlich drauf eingestellt haben, haben die Spieler im Zwischenraum gehabt, haben mit Luca ein schnelles Spiel, haben eine Nolle extra mit Geschwindigkeit reingemacht, weil wir spielen wollten. Und genau das war unsere Problematik in den ersten 25 Minuten, das haben wir nicht gemacht und haben damit dann auch einen Failpass gespielt, wo wir dann das Tor daraus bekommen. Hatten uns auch wirklich in der ersten Halbzeit schwer getan, speziell im Verteidigen, was wir auch wussten, dass der Gegner hoch überspielt, den zweiten Ball ablegt. Das haben sie sehr geschickt und gut gemacht und wir dann dort die Infights öfters nicht geholt haben. Als wir aus der Halbzeit rauskamen, war das deutlich besser. Dann haben wir gut gestanden, dann haben wir viele von diesen Bällen geholt. Dann haben wir auch Druck gemacht, dann haben wir auch mit Hat zugewechseln. Und dann haben wir eine Phase gehabt und da haben wir uns nicht belohnt, hätten wir den Ausgleich erzielen können. Dann war es ein Spiel, wo du auch gesehen hast, das geht jetzt ein Stück weit über die Zeit, du musst aber weiterhin konsequenten Verteidigen sein. Und das ist das Ärgerliche, dass wir aus dem Eingruf gegen uns und bei uns sich fast vier Spieler ausspielen lassen. Mit dem 2-0 war das Spiel dann gegen uns entschieden, was dann aber nicht gut war, weil wir dann zum Schluss auch noch das dritte Tor bekommen haben, weil wir es einfach nicht sauber zu Ende verteidigt haben. Danke, Trainer. Kommen wir zur Fragerunde. Wer möchte starten? Yannick Sammert für die Volksstimme. Hallo zusammen. Herr Tietz, das war jetzt die dritte Niederlage in der Liga hintereinander. Ihre Mannschaft ist auch lange ohne Gegentor. Die Tabellenlage logischerweise heikel. Wie blicken Sie auf diese Gesamtsituation und welche Schlüsse ziehen Sie als Trainerteam auch aus der Niederlagenserie? Ganz klar, die haben wir auch schon vorausgezogen, dass wir eines wollten, dass wir, wenn wir auf so einen physisch starken Gegner kommen, dass wir den Zwischenraum schließen wollen, dass wir wissen, dass wir hinten konsequent verteidigen müssen, auch dann die Idee mit Michio Huguni reinzunehmen und vor allen Dingen, dass wir dann auch schneller im Umschaltspiel reinkommen müssen. Und das ist uns heute erst ab der zweiten Halbzeit auch mal ab und zu in der ersten Halbzeit gelungen. Aber da müssen wir wieder ganz klar konsequent, das wird auch bei uns das Hauptaugenmerk sein, die Art, wie wir verteidigen wollen. Wir müssen wieder dazu zurückkommen, die Gier, diese Bereitschaft, ein Gegentor zu verhindern, weil dann, wenn die Null steht, dann hast du auch Chancen in der Liga, die Spiele für dich zu entscheiden. Das 0 zu 1 war schon das zwölfte Gegentor nach einem Ballverlust in dieser Saison. Das setzt gerade die letzten beiden Spiele auf, wieder eine Thematik, die aufgegangen ist. Wie denken Sie darüber? Und ist das so eine Szene, wo Sie sagen, trotz unserer Spielidee einfach mal den Ball wegschlagen? Oder wie bewerten Sie die Szene? Ich weiß nicht, warum Sie es sagen. Wir sind ja auch beim Training da. Genau das wollen wir ja nicht. Unsere Idee ist, dass wir in der Tat eine Mannschaft, die die Spielkontrolle haben will, aber eine Mannschaft, die, wenn sie angelaufen wird, dass sie überspielen möchte. Und das hatten wir bis vor drei Spieltagen auch sehr gut und sehr konsequent gemacht. Und jetzt haben wir es begonnen, nicht zu machen. Und dafür sind wir jetzt wirklich mehrfach bestraft worden. Das ist ein Punkt, den wir schnellstmöglich abstellen müssen. Vorne in der ersten Reihe bitte mit Nennung des Namens und des Mediums. Florian Krebs von der BILD. Hallo zusammen. Glückwunsch, Stefan, für den Sieg und die drei Punkte. Und frohe Ostern an alle Beteiligten, natürlich auch die beiden Trainer. Stefan, du bist erstmals in diesem Kalender ja abgewichen von der Viererkette. Das war ja offensichtlich. Warum, wieso, weshalb? Kannst du es trotzdem nochmal mit deinen eigenen Worten beschreiben, warum du dich für dieses System heute entschieden hast? Ja, es ist ja nicht so, dass wir nur eine Grundordnung spielen können oder ein System. Ich habe ja immer gesagt, dass es auch einen Gegner gibt. Und ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war, vor allen Dingen mit Phil Neumann und mit Bright, mit den Halbinienverteidigern zu spielen, dass wir über unsere Außenverteidiger Druck schon sehr hohen Druck erzeugen können. Wir haben dann die Situation, dass wir am Flügel zwei sehr schnelle Spieler, zwei sehr gute 1-1-Spieler haben in der Defensive mit Bright und Phil, um so dem Gegner auch seine Stärke zu nehmen. Und wir wollten viel Physis aufs Feld bringen. Deswegen auch kein 3-5-2, sondern mit klar drei engen Spitzen vorne. Wir wollten viel überspielen, zweite Bälle aufsammeln. Das ist uns gut gelungen. Und dann haben wir natürlich auch ein paar Kopfballspieler auf dem Feld gehabt, wegen Standardsituationen. Und das war die Herangehensweise. Bisschen weg auch von unserem Weg. Aber wir wussten, dass wir heute nicht so viel Ballbesitz haben wie sonst. Und wir wussten, dass wir viel Physis, viel Tempo, viel Intensität, viele Zweikämpfe gewinnen müssen, um hier zu bestehen. Und das haben die Jungs gut gemacht. Ja, Sören Fiedler für die BILD. Ja, Herr Dietz, die letzten zwei Spiele 0 zu 10 Tore. Sie werden jetzt in den nächsten Tagen wieder als Psychologe mehr gefragt sein. Wie werden Sie jetzt versuchen, die Köpfe freizubekommen? Zunächst mal werden wir trotzdem die Dinge, die uns heute bei den Gegentoren passiert sind, logischerweise klar ansprechen und auch die Dinge trainieren. Und auch da klare Worte treffen. Aber das heißt trotzdem auch, dass wir wissen, dass wir ein Auswärtsspiel haben. Und dass wir wieder mit den Jungs durch Gespräche, dass Dinge, die wir positiv auszeigen, was sie gemacht haben, dass wir auch wieder dahin finden müssen, dass wir es wieder besser machen. In der Form, wie wir es gegen den Ball verteidigen. Aber auch dann in der Form, wie wir es nach vorne durchspielen. Die erste Reihe nochmal, ja. Stefan, Yannick Dehm hat heute sein erstes Tor überhaupt im 96-Trikot erzielt. Was hat dir besser gefallen? Der sehr gelungene, coole Torabschluss oder der Seido-Jubel anschließend? Erstmal hat mir gefallen, dass ich heute drei Außenverteidiger im Kader hatte. Und dementsprechend auch Spieler auf ihren besten Positionen. Okay, Yannick kann beide Seiten spielen. Ihr habt es ja schon gesehen in den vergangenen Wochen, als er auf der linken Seite mal ausgeholfen hat, dass er natürlich schon seine Stärken hat, wenn er dann ins Innendribbling kommt, wenn er den Fuß innen am rechten Fuß hat. Der Ballgewinn von Max Christiansen war überragend. Wie er nach vorne verteidigt, um den Ball zu gewinnen. Dann kommst du in eine Umschaltsituation. Der Gegner ist nicht ganz so sortiert. Yannick macht es gut. Auf der anderen Seite war Sey nach langer, langer Verletzungspause heute wieder mit dabei. Macht ebenfalls ein Tor. Das sind natürlich schöne Geschichten, die heute einfach für uns aufgegangen sind. Und mich freut es für die Jungs. Und ich bin natürlich als Trainer froh, dass mir wichtige Spieler jetzt auch wieder zur Verfügung stehen. Yannick ist gesperrt. Ja, kann sie jetzt ausruhen. Das ist natürlich schade, weil schon auch ein schwieriges Heimspiel auf uns wartet. Dafür darf er das Derby dann spielen. Achim Mali für den Kicker. Herr Tietz, können Sie eventuell noch mal etwas vertiefen, was Sie zu der taktischen Umstellung dann ab der 15. Minute gebracht haben, beziehungsweise was Sie sich zuvor mit dem Positionieren von Huguenay auf dieser Position versprochen hatten und was der Hintergedanke war? Wir haben mehrere Aspekte uns dabei schon zunächst mal, dass wir darauf reagiert haben, dass wir Spieler haben, die ausgefallen sind, gesperrt sind, beziehungsweise momentan nicht in der Leistungsstärke drin sind. Gleichzeitig wollte man Geschwindigkeit auch in den Halbraumraum bringen, weil wir wussten, da kommen die Bälle vom Gegner rein und haben aber auch schon für uns geliebäugelt, wenn wir im Zentrum mit den Kopfballstarken Spielern vom Gegner ein Stück weg es nicht so kontrolliert bekommen, dass wir dann Schau reinziehen und Moelan Kuri eins rüber. In der zweiten Reihe auch bitte mit Nennung des Namens und des Mediums. Jonas Gress, Hannover Schalgemeine und Neue Presse. Auch eine Frage an Stefan Leitl. Wir haben gerade über Jannik Deben ganz kurz gesprochen, der nächste Woche ausfällt, deswegen ärgerlich, dann hast du wieder nur zwei Außenverteidiger zur Verfügung. Trotz alledem, Sey Moroja hat heute auch seine Rückkehr gegeben, nach sieben Wochen. Wie wichtig ist er auch? Und es war ja ein außergewöhnliches Tor tatsächlich für einen Verteidiger, wie er sich da durchdribbelt. Kannst du da vielleicht noch zwei Sätze zusagen? Ja, wichtig ist das, und das habt ihr ja unter der Woche schon im Testspiel gesehen, dass Sey fit ist. Und wenn er fit ist, ist er natürlich eine absolute Verstärkung für uns, für unsere Mannschaft. Ich glaube, es war auch für ihn einfacher heute, mit drei Innenverteidigern hinter sich zu spielen, einfach um auch reinzufinden, um auch vielleicht mehr in die Offensive zu kommen. Und ich glaube, er hat letztes Jahr seine bislang beste Saison gespielt. Da haben wir häufiger aus der Dreierreihe herausgespielt, hatte viele Torbeteiligungen. Und es ist heute aufgegangen. Und jetzt gucken wir, wie er dieses intensive Spiel dann auch verkraftet. Er muss natürlich immer wieder schauen, dass er gut regeneriert und dass er sich pflegt, dass wir die Belastung auch dementsprechend steuern, dass er am Sonntag bei Kräften ist und ein gutes Spiel gegen Schalke machen kann. Janik Sammert noch mal. Ich hatte noch eine Personalfrage. Lucas Danos wollte nicht im Kader, Herr Dietz. Könnten Sie bitte noch mal erläutern, woran das liegt? Er hat sich leider verletzt im Training. Er hat eine gute Trainingsrohr gehabt, hat einen Stich im Oberschenkel verspürt und konnte deswegen leider nicht weiter trainieren. Achim Mali. Eine kurze Frage zu der gelben Karte für Elhan Khoury wegen Meckerns. Und es ist die fünfte. Wie bewerten Sie das? Dass es unnötig war und dass wir dadurch jetzt einen Spieler gesperrt haben. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann schließe ich die Pressekonferenz. Unseren Gästen guten Heimweg und danke, dass ihr dabei wart. Ciao.